Mein Name ist Felix Kutscher-Lisberg und ich bin Bauleiter bei der ProAIM Spezialtiefbau. Wir stellen Schlitzwände her, um auch im innerstädtischen Bereich tiefe Baugruben auszuheben. Eine Schlitzwand ist eine Stützwand aus Ortbedon, die am Rande der Baugrube errichtet wird. Auf der Baustelle ist Wasser im Untergrund eine große Herausforderung für uns. In meiner Freizeit kann ich aber gar nicht genug davon kriegen. Seit ich 15 bin fahre ich Kajak und seit ca. 8 Jahren konzentriere ich mich hauptsächlich aufs Kanupolo-Spiel. Eine abendliche Trainingseinheit auf der Alten Donau bringt eine gute Abkühlung nach einem hitzigen Tag. Wie auch auf der Baustelle ist es im Freien enorm wichtig, dass wir alle in einem Strang ziehen, im Team arbeiten, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Auch wenn wir beim Kanupolo wortwörtlich nicht alle im gleichen Boot sitzen, ist die Teamarbeit eine große Parallele zum Arbeiten der Rapport. untertitelung im Auftrag des ZDF für eine gewisse Traders.